Und Boxen auf zur Kalkmann-Frühjahrsmeile. Wonnemund mit gutem Start, Savaro ist gleich dabei. An der Außenseite dahinter dann Schwesterherz, jetzt hinter die beiden gezogen. Dann Ninario und am Schluss des Feldes der Gast aus Frankreich Padron. So führt Wonnemund durch die Gegenseite. Wonnemund vor Savaro, Schwesterherz und Ninario dicht auf. Ebenso Padron. So geht das Ende gegenüber gleich in den Bogen hinein. Wonnemund zeigt sich vorne. An zweiter Stelle Savaro, dahinter Ninario aus dem Schwesterherz, dann Padron. So geht es nun den Berg hinauf mit Wonnemund und einer guten Länge Vorteil hier vor Savaro. Dahinter Ninario auf dem dritten Platz, dann Schwesterherz vor Padron. Bergauf mit Wonnemund an der Spitze. Anderthalb Längen jetzt der Vorteil, dahinter an zweiter Position Savaro. Schwesterherz außen, neben Ninario und Padron lauert dahinter. So geht es dann, nachdem der Berg erklommen ist, nun Richtung Schlussbogen und Wonnemund weiterhin an der Spitze. Wonnemund vor Savaro, dann Ninario mit außen Schwesterherz und dahinter Padron. Und so sind sie im Schlussbogen und dann geht es gleich in die Gerade hinein. Etwas mehr als 400 Meter noch bis zum Ziel. Wonnemund ist vorhin, Savaro in guter Haltung, greift außen an. Innen kommt Ninario und außen Schwesterherz näher, Padron weiterhin letzter. Vorne Wonnemund, jetzt muss er kämpfen. Jetzt ist Savaro heran und vorbei. Außen kommt Schwesterherz, innen kommt Ninario sehr schön in die Partie. Savaro führt. Savaro mit Ninario innen, außen Schwesterherz. Dann Wonnemund, spät kommt Padron noch auf Touren. Vorne Savaro, Savaro auf den letzten Meter, nichts klar voraus. Savaro gewinnt die Frühjahrsmeile vor Schwesterherz. Dann Padron vor Ninario und Wonnemund als Fünfter. Savaro gewinnt die Frühjahrsmeile vor Schwesterherz. Savaro gewinnt die Frühjahrsmeile vor Schwesterherz. Savaro gewinnt die Frühjahrsmeile vor Schwesterherz. сотys höger a Wilhelm solfes. Savaro gewinnt die Frühjahrsmeier. Savaro gewinnt die Frühjahr完成. Wir schauen uns jetzt aber den endgültigen Richterspruch an für das 8. Rennen des Tages, die Kalkmann-Frühjahrsmeile. Sieger ist die 6, Zavaro. Auf dem zweiten Platz die 7, Schwesterherz. Dritter die 3, Padron. Vierter die 5, Ninarion. Fünfter die 1, Wonnemond. Der Richter sagt sicher ein 3 Viertel. Kopf 1,5 und Hals. Und die Zeit des Siegers 1 Minute 43, 5 0.